hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren daily shop video hier heute ab und du bist jetzt der schwarze ritter warum hast du nicht den IC-Ritter drin? weil ich nicht wollte gespielt habe den schwarzen noch nicht doch ah ja klar in der runde mit Isenor so der hat sich bald kaputt gelacht über uns beide vater und sohn spielen das gleiche spiel item shop hier rein so nach wie vor glimmer jetzt dreht es mir den hin hinzu glaubst du es hier da ist sie die glimmer glimmer flurry hatten wir ja schon alles bewertet und die kutsche sieht relativ nice aus so aber heute ist der slushy soldier mit reingekommen müssen wir da mal schauen der slushy soldier was hältst du denn vom slushy soldier her sofort 5 sieht aber eigentlich ganz witzig aus oder guck mal der hat karotten als munition und da guck mal der hat da unten so kleine schneemannkügelchen köpfe als granaten ja ich auch nicht aber sieht er nicht trotzdem irgendwie schön aus guck mal der hat auch einen gelben zahn ein gelben zahn und die anderen drei sind schwarz was krank ich hätte ja die fünf von zehn verstanden wieso gehst du jetzt hoch ist es so leicht zu beeinflussen habe ich nicht so erzogen so also was jetzt fünf von zehn ich gebe dem sieben von zehn so picke 30 du bist du die finde ich zum beispiel scheiße ich gebe dir nur zwei von zehn ich finde die richtig ich verstehe überhaupt nicht also warte ich schon mal in so einem alten römerkastell ohne scheiß und da liegen manchmal also ich habe sowas schon gefunden da liegen manchmal so alte nägel aus der römerzeit noch um die sehen nicht anders aus so alte verrostete nägel so ok red nose raider ich bin gespannt müssen wir lauter machen ich bin gespannt müssen wir lauter machen ich bin gespannt das sieht doch nicht aus wie beten er hält er sich nicht den mund zu ok gucken wir mal was der macht accolades er hält sich den mund zu er betet ja geil er ist geil er betet er ist aber cool oder 10 von 10 oder also ich bin dem auch 10 von 10 ist mega geil kannst du wahrscheinlich gar nicht mehr holen alter du hast jetzt erst dieses dieses legendary ice bundle bekommen so was wir im kommando ich gebe dem 5 von 10 ja so was ja warum weil ich gesagt hätte es ein face close sind nein es ist so wie gesagt da ist kein pink mit dabei es ist ein losding scheißegal ist aber kein pink mit dabei oder so schwarze haare ja von mir aus 4 so started ex was hältst du davon von dir halt ich hab nix was hältst du von started komm der sieht doch nicht da der andere es gibt welche die sehen beschützen aus lassen sich diese diskussion führen started ex 7 was warum 5 5 wie hörten die sich an 1 2 3 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 9 7 9 9 9 9 10 10 15 10 10 aber das ist nicht pink aber das ist guck mal hier mit so strass steinchen ach so der glimmer den gegnern auch mehr weil die hat auch warum guck mal die ist ja nicht so schlecht deswegen ist schon wieder so aggressiv hier jetzt was machst du jetzt die noten noch mal nachbessern warum was jetzt hier blickt doch keiner mehr durch ja okay was mit dem 8 von 10 was bescheuert so ok leute alle sachen die jetzt nicht pink sind denn von mir jetzt mit drei punkten mehr bewertung der gleiter 3 also ihr müsst jetzt bei meinen bewertungen mal drei punkte abziehen dann habt ihr mal eine normale bewertung aber ich tue natürlich gleich äh sache no skin äh schwarz super 5 hier hab ich schon versucht zu tun hier? ja mach mal mit? also da der herr sofort ein nuschelkandidat ist wenn es dem video gefallen dann wissen ich selber ein like, ein abo und ein kommentar vor ein bisschen rein und okay ciao wünsche euch noch einen schönen zweiten weihnachtsfeierplatz denn ich hoffe ihr habt ganz ganz tolle geschenke bekommen ja machts gut bis dann und tschau